Ja! Wir haben einen schwarzen Pfarrer, ja, der kommt ja direkt aus Afrika. Und jetzt die Kinder, ja, sind lauter Mischlinge auf einmal, ja. Frag ich, wie kann das sein, ach, ja? Früher gab es kein Mischling, ja. Seit der Pfarrer da ist, ja, gibt so viele Mischlinge, ja. Ja, der Pfarrer hat das Blut aufgestockt, ach, ja. Er breit sich aus, das ist doch klar. So viele Mischlinge kommen, ja, auf die Welt, das ist doch klar. Der Pfarrer darf sie alle, ja, dass sie kommen, den Himmel, ja. Ja, ein Mischling ist schon da, wahrscheinlich vom Pfarrer, ja. Ja, und dann sind alle weiß, ach, ja. Ja, und der Pfarrer ist schwarz, ach, ja. Ja, woher kommen die Mischlinge, ja, dann? Frag ich mich, so wirklich dann. Kommen sie von Herrgott, ja, oder vom Teufel, da? Nein, sie kommen vom Pfarrer, ja, der ist ein schwarzer Mann, ach, ja. Und die anderen sind alle weiß, ach, ja. Da sind jetzt Mischlinge, da. Ja. Von Pa alors.